Willkommen bei Janos Murati, bei der exotischen Pflanzen zu vermehren und wie es weitergeht und bei der heimischen Sachen zu vermehren und wie es weitergeht. Schaut es in die Videobeschreibung, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch und TikTok. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und schaut Kanal-Info, da ist mein Alter und meine Geburtsdatum und Facebook, Instagram, Twitter, Twitch und TikTok. Und schaut bei i vorbei und am Ende des Videos, könnt ihr drei Videos andrücken und mein Logo. Ja, und heute vermehren wir einen Apfel. Das zeige ich euch. Muss man den Stiel weg tun? Braucht man nicht. Schneiden wir mit dem Messer so auf, schräg. Irgendwie muss man zu den Kernern hinkommen. Jetzt haben wir da ein Duch. Schauen wir die Kerne daraus. So. Jede Menge Kerne. Wie weit da? Der spielt mit mir, der Kerne. Da ist schon draußen. Ja. Alle draußen. Schauen wir uns da auf. So. Alle Kerne haben wir schon. Ein Apfelschuch. Jetzt haben wir nur mehr drei Kerne. Es ist wurscht, wegen der Wind hat die anderen Kerne verblasen. Ich brauche nur drei Versuche. Dann nehmen wir das wieder was drauf. Beißen wir mal da ab. Schmeckt gut. Da haben wir einen Topf und Erde. Dann haben wir den Topf mit Erde befüllen. Jetzt nehmen wir die Apfelkerne. Jetzt nehmen wir die Apfelkerne. So. Fertig. Ist die Geschichte. Schaut so aus jetzt. Jetzt muss man nur mehr angießen und dann kann es wachsen. Spaß. Jetzt nehmen wir mal auf die Seite. So her. Ja. Tschüss Leute. Abonniert meinen Kanal. Daumen hoch. Schaut es in die Videobeschreibung. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und schaut es Kanal Info vorbei. Und schaut es bei ihm vorbei. Und am Ende des Videos kannst du drei Videos antreten. Und mein Logo. Bis zum nächsten Video. Und ihr könnt das Video teilen auf Facebook, Twitter, WhatsApp mit euren Freunden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.